Jetzt hat er gerade die Nase so gekitzelt. Vielleicht sind das die ersten Schneepollen, die unterwegs sind. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß nicht, wie es euch und Ihnen geht. Das ist so komisch. Man hat Wochen, Monate lang diesen Sommer gehabt. Es war lange hell, es war warm, man konnte Ewigkeiten rausgehen mit kurzen Klamotten. Und jetzt ist es dunkel, es ist kalt, es ist windig und es regnet. Das ist zwar gut für die Natur, aber die Seele kommt da nicht so ganz mit. Ich grüße Sie und grüße euch. Dafür haben wir sehr fotogenes Wetter und das habt ihr eingefangen. Vielen Dank dafür. Der Jörg hier am Tor zum Erzgebirge oberhalb von Chemnitz mit den Schauerwolken im Hintergrund. Der Michael an der Ostsee ebenfalls hier mit diesem Regenvorhang. Dann kam wieder die Sonne heraus und die größten Schauer gab es ja gestern im Nordseeumfeld mit dieser weiteren Schauerstaffel, die da durchgezogen ist. Und der Herbert hat die dunklen Wolken aufgenommen und ist begeistert von dem vielen Regen, den es hier gegeben hat und auch noch geben wird. Es ist wieder alles grün. Wir blicken weiter, apropos grün, zum Paul nach Halle an der Saale, wo es ein Sonnenscheinfenster gegeben hat. Und ab jetzt, Freunde, können wir tagtäglich beobachten, wie das Laub anfängt, bunt zu werden. In zwei, drei Wochen sind die Bäume hier nicht mehr grün, sondern schon bunt. Bunt war der Regenbogen hier an der Bergstraße. Der Alex hat erzählt, er hat den Topf voller Gold gesucht und nicht gefunden. Beim Pieter in Italien mit Blick Richtung Kroatien sind die Gewitterwolken aufgezogen. Im Mittelmeerraum ist ja einiges los. Schwere Unwetter sind hier unterwegs und das wird auch in den nächsten Tagen noch so bleiben. Und bei uns dann wieder Ruhe über Bielefeld mit Blick Richtung Teutoburger Wald und dann auf dem Rennsteig bei der Heike. Da hat sie geschrieben, man kann die kalte Luft oder die kühle Luft förmlich sehen und auch riechen. Und zu guter Letzt noch von Dirk, nochmal aus Sachrang ein Bild. Da ist die nächste Front mit einem Vorhang samt Regen durchgezogen. Wir nehmen wir das Bild von der Heike für den Hintergrund und schauen uns den Regen an, der diesen Monat runtergekommen ist bis zum 15. Jahrzehnten. Da haben wir vor allen Dingen in der südlichen Mitte die höchsten Niederschläge, dann noch rund um Schleswig-Holstein und am Alpenrand. Und da hat nicht nur der Spaß ein Loch, sondern auch der Regen, auch im Nordwesten. Wir haben etwa so vom Emsland rüber bis nach Frankfurt an der Oder die niedrigsten Niederschlagsummen. Das hat sich allerdings geändert. Schauen wir uns gleich an. Zunächst nochmal der Blick in die Böden. Wir haben uns gestern hauptsächlich mit der Mitte beschäftigt und wollen uns jetzt mal mit den Gegenden beschäftigen, die eher nass davon gekommen sind, wie hier im Norden, Lingenbackum. Da hat es ergiebig zum Teil geregnet, aber schaut mal hier im Boden, da ist nichts los. Immer noch große Trockenheit. Da fehlt einfach der Niederschlag, den es ja gestern gegeben hat und auch die nächsten Tage noch geben wird. Auf Sylt, man denkt ja immer, hier in der Nordsee ist es super nass, ja auch, da ist nur ein bisschen was im Boden. Unten drunter ist es trocken. Ganz unten dann nicht mehr, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die See da ist. In Mecklenburg-Vorpommern waren an der Müritz, da hat es sehr viel geregnet und der Boden ist jetzt bis etwa 30, 40 Zentimeter einigermaßen nass. Wir müssen uns aber vorstellen, dass wir hier alles im Blau brauchen bis ganz unten, dass das Wasser auch zum Grundwasser kommen kann. Das könnte schon in Konstanz der Fall sein. Da ist es nämlich nass, der Boden ist hier durchnässt und das Wasser, das hier runterkommt, kann eben ganz, ganz, ganz langsam heruntersickern. Das dauert zwar Monate, aber immerhin ist die Grundlage hier gelegt. In Reitemwinkel am östlichen Alpenrand, da haben wir jetzt auch zunehmende Feuchtigkeit und durch den Regen, der in den nächsten Tagen folgen wird, wird das auch hier alles blau werden. Auch wenn es viel geregnet hat, im Boden ist einfach noch zu wenig Wasser. Und wir brauchen Regen. Nach dem deutschen Modell Eiken gibt es bis Wochenmitte das an Niederschlag und nach dem amerikanischen Modell das. Sowohl hier als auch bei diesem Modell bleibt der äußerste Südwesten ausgespart. Hauptsächlich in einem diagonalen Streifen über der Mitte wird es den meisten Regen geben. Gerade auch zum Beispiel in Thüringen, in Franken und im westlichen Sachsen. Ganz, ganz wichtig hier für die Böden. Gehen wir nochmal auf die Karte ein, die ich eben gezeigt hatte. Da haben wir zum Beispiel das Niederschlagsspaßloch. Und das ist das, was gestern an Regen runtergekommen ist. Ausgerechnet hier gab es ein Batzen mit 15 bis 30 Liter Regen auf den Quadratmeter. Und da, wo wir den meisten Regen hatten, ist es am wenigsten runtergekommen. Dann gab es wieder am Alpenrand Regen. Aber jetzt gibt es ja dann wieder mehr Regen. Tiefstwerte, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Da hatten wir hier 4 Grad und ein bisschen weiter in Dresden 12 Grad. Die wärmsten und kältesten Werte waren da nebeneinander. Manches Mal kann es daran liegen, dass wir auf der einen Seite Wind haben durch Mischung. Und in der anderen Lage haben wir dann eine Kuhle, wo kein Wind ist und es sich auskühlen kann. Und am mildesten insgesamt war es an der See. Dennoch 13 Grad, der wärmste Wert der Nacht. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Der höchste Tageswert lag bei 19,6 Grad in Manschnow. Hier waren es also gerundet 20 Grad im oberen Erzgebirge 10, auf der Alp 11 Grad. An die Temperaturen sollten wir uns jetzt gewöhnen. Die Temperaturkurve des Septembers schwang noch weit oben und geht jetzt nach unten und wird ein paar Tage unten bleiben. Und im Vergleich zum früheren langjährigen Mittel liegen wir bei plus 0,5 bis plus 0,7. Halten also die berühmt-berüchtigte 2-Grad-Regel ein. Das ist ja das alte Klimamittel. Nehmen wir mal das neue Klimamittel, das ein bisschen höher ist. Ist nicht so stark ausgeprägt im September. Da wären wir Pi mal Daumen genau im Schnitt mit den Temperaturen, wenn sie bis Monatsende nach der Vorhersage so kommen. So sieht die Wetterlage aus. Dieses riesige Tiefdrucksystem hier über Nordeuropa hat sich eben bis in den östlichen Mittelmeerraum ausgebreitet. Übrigens die ehemaligen Hurricanes, die ja auf Europa zusteuern sollten, also die außertropischen Tiefs, die haben gar nichts gemacht. Wir haben unser Wetter selbst gemacht mit hochreichender Kaltluft, die jetzt auf das sehr warme Mittelmeer trifft und hier zum Beispiel die Unwetter auslöst. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe gehen deutlich zurück. 0 Grad Batzen ziehen dadurch. 0 Grad, großer Aber im Bayerischen Wald, knapp 1500 Meter hoch. Da sind es um die 0 Grad, da kommt dann eben Schnee runter. Dann am Mittwoch der kommenden Woche verlagert sich der Trog unter leichter Abschwächung ostwärts. Das Hoch rückt nach. Wir sind aber in 1500 Meter Höhe immer noch mitten in der kalten Luft drin. Da erwärmt sich nichts großartig. Es wird nur freundlicher. Die Nächte werden kälter. Und in einer Woche haben wir dann immer noch diese Kaltluftschüssel hier über Osteuropa. Bei uns ein Zwischenhoch. Und dann kommt wieder ein Hoch nachgerückt und wahrscheinlich kommt von Nordwesten ein erneuter Knick mit Tiefdruck. Erst einmal mit Wolkenfeldern und im weiteren Verlauf dann wieder mit Regen. Die Temperaturen kommen nicht mehr so richtig in die Puschen. Im Südwesten und in der Schweiz sind es um und etwas über 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Sonst bleibt es kühl. Der Sommer ist und bleibt passé. Das ist auch kein richtiges Altweibersommerflair. Dazu fehlt einfach die Wärme und auch die trockene Luft. Es ist ja sehr nass und so geht es auch heute weiter. Mit vielen Schauern, die im Nordwesten aufziehen. Dieses Regengebiet, das gestern noch im Norden war, liegt jetzt dann mehr und mehr über Bayern. Zieht Richtung Alpen-Schneefallgrenze auf 1300 Meter Höhe herabsinkend. Am Nachmittag sinkt die Schneefallgrenze sogar noch weiter. Inneralpin auf 1000 bis 1300 Meter Höhe am Alpen-Nordrand. Und wie abgeschnitten mit dem Lineal. Wer zum Beispiel über den Jaufenpass fährt oder über den Brenner. Der hat auf der einen Seite Schneefall und auf der anderen Seite Sonnenschein. Südtirol beispielsweise, Gardasee, das ist richtig schön. Einigermaßen nett ist es auch im Westen und im Nordosten. Sonst entstehen immer wieder Schauer und zum Teil auch kräftige Gewitter rund um das nördliche Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Der Wind weht stark bis stürmisch aus West bis Nordwest. Und die Temperaturen erreichen 11 bis 17 Grad nur noch. Wir mussten mit den Temperaturen runtergehen. 6 bis 10 Grad sind es im Regen. Und gefühlt 1 bis 10 Grad auf der Haut. Volle Lotte Herbst ist das. Das geht fast nicht tiefer mit Wind. Ohne Wind wird es natürlich noch tiefer gehen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Der morgige Sonntag beginnt in einem breiten Streifen von den Niederlanden bis nach Niederösterreich mit Regen. Nordöstlich davon sind einzelne Schauer unterwegs. Alpen, Schneevergrenze 1200 Meter Höhe. Im Laufe des Tages steigt die Schneevergrenze ein bisschen an. Rund um die Schweiz bis zum Kaiserstuhl, zur Alb und auch ins Westallgäu rein, bis ins Oberallgäu. Da zeigt sich die Sonne. Östlich davon dann Regenschauer. Später ein Regengebiet von Salzburg und Oberösterreich. Wieder rüber in die Mittelgebirge. Im Norden auch ein Streifen mit Sonnenschein. Dahinter wieder Gewitter. Starker bis stürmischer Wind. Sehr unangenehm. Höchstwerte maximal 7 bis 11 Grad im Regen. Sonst 12 bis 18. Gefühlt 1 bis 10 Grad. Es wird dann ein bisschen ruhiger in der neuen Woche. Dieser Trog mit der hochreichenden Kaltluft und den Schauen und Gewittern samt seiner Labilität zieht sich immer weiter nach Osten zurück. Riesengebirge, Mühl- und Waldviertel, Erzgebirge, Bayerischer Wald, längere Zeitregen. Sonst im Norden ein paar Gewitter rund um die Schweiz bis Süd- und Osttirol sonnig. Und auch an der Ostsee ist es sonniger. Im Norden Osttirols ist es allerdings trüb mit Regen und oberhalb von 1300 Meter Höhe Schnee. Der Wind bleibt unangenehm, schwächt sich allerdings ein bisschen ab. Und die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und 18 Grad am Oberrhein. An der südsteirischen Weinstraße sind mit leichten Föhneffekten bis zu 20 Grad drin, auch an der unteren Mur. Am Dienstag dann immer noch Wolken mit Schauen und Gewittern in der Nordosthälfte. Schleswig-Holstein hat den sogenannten Skandinavien-Föhn mit Sonnenschein. Im Süden ist es auch freundlicher. Der Wind schwächt sich ab, ist aber noch spürbar bei grob 10 bis 18 Grad. Die Nächte sind fast durchgehend einstellig, teils mit Bodenfrostgefahr, wenn sich der Wind legt. Wir werden grobmaschiger. Am Mittwoch sind dann von Berlin, Brandenburg über Sachsen, Tschechien bis in den Osten Österreichs ein paar Schauer und Gewitter dabei. Sonst scheint öfter die Sonne. Dann am Donnerstag im Südwesten sonnig, im Nordosten wolkig. Letzte Schauer hier 9 bis 15, sonst 15 bis 20 Grad. Am Freitag in der Westhälfte hohe Wolkenfelder, die aufziehen. Sonne scheint milchig, matt hindurch. Im Osten noch viele Quellwolken mit letzten Schauern. Auch das Temperaturgefälle 10 bis 20 Grad. Und am Samstag, da schaut es gut aus. Einzelne Schauer im Nordosten, sonst Sonnenschein und hohe Wolkenfelder. Das hat so einen leichten Touch von Altweiber-Sommerwetter bei 14 bis 21 Grad. Und am Sonntag werden wohl die Wolken wieder dominieren mit einzelnen Schauern im Osten bei 10 bis 20 Grad. Schauen wir ganz kurz noch auf die Niederschlagsummen für die kommenden zwei Wochen. Und zwar im großen Ausschnitt für zwei Modellläufe. Einmal der sogenannte amerikanische GFS-Lauf von gestern Abend. Hier haben wir Deutschland, die Benelux-Länder, Frankreich, die Schweiz, Österreich, Italien. Und schaut mal dieser Streifen hier von Portugal über Spanien, die Balearen, den nördlichen Mittelmeerraum bis zum Balkan rein. Da werden zum Teil enorme Niederschlagssummen berechnet. Von Frankreich bis zu den britischen Inseln weniger. Das ist der eine Lauf. Der andere Lauf zeigt auch hier die wenigen Niederschläge rund um Spanien die meisten. Dann sind da Gewitter berechnet, vor allem Süditalien, Balkan bis etwa nach Kreta rüber und auch in den Alpen. Das wird immer so ein bisschen hin und her gehen. Auf jeden Fall wird es hier nicht ruhig in der nächsten Zeit weitergehen. Und zu guter Letzt, und dann mache ich den Verschwindinger, das Ensemble für die Mitte Deutschlands. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Wohlgemerkt, das amerikanische Modell lässt hier noch immer mal wieder Regen kommen. Dann geht es relativ trocken weiter. Ende September wenige Niederschlagsignale. Die Temperaturen kommen aus dem Tal heraus und pendeln dann ums langjährige Mittel mit den obligatorischen Ausreißern nach oben und nach unten. Das europäische ECMWF-Modell lässt die Niederschläge längere Zeit laufen, macht kaum Niederschlagspause. Hinten dann wieder Wechselhaftigkeit mit neuen Regenfällen. Die Temperaturen erst niedrig, dann durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich, ebenfalls mit einem großen Range. Es wird so, wie es aussieht, Mitte und um die Mitte der kommenden Woche mal ein paar trockene Tage geben, aber nur da. Bis später.